du bist auch bereit, hallo, gut ja, hm dann nehmen wir mal los hm ich glaub ich sollte hm 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 warte kurz so so es wäre nicht so clever, dass ich jetzt so viele Einser drin hab wieso ich glaub da bin ich etwas unterlegen weil wenn ich jetzt die i16 hier verliere mhm dann hab ich ja nur noch diese klapperteile mhm und hier mit der i16 hab ich immerhin äh also es sieht zwar so aus als wäre es dasselbe MG aber ich glaub äh nicht dasselbe MG, dieselbe Munition aber afrikanische Bergschlucht vielleicht vielleicht dazu also ja ich glaub die Isha hat ein bisschen mehr Feuerkraft so was ist aufgrund anderer MG's was ist MG Maschinen Gewehr ach so ja hm ja das stimmt hm logisch oder? ja hop было hm mach wie das sieht die mir kann man versuchen sich runter zu kommen er mit dem dieser wie ich damit um schon mit ihr mit dem ersten mal nicht mehr schnell zu kündigt die schichten für er hätte ich glaube nicht schießen der ist gerade rein und hat schon Flügel verloren oh, ich fliege auch in Wirkung da ist noch ein Schild, das mal Zoom and Boom, so jetzt will ich die abschießen jetzt mal erst, kommen Gegner, vielleicht sollten wir schießen unten sind welche ach, die sind ja unten, ich denke, boah, was ist, ich gehe auf die Nr. 51 Alter, was hat der denn gemacht? wow, eine Angehörmung in den, gerade Sache oder so B-110 das ist das Ding, das ist ein Schlafflugzeug, du musst aufpassen, das richtig heftig das Kapital wo ist der denn? naja, die machen auch Manöver und so, Abschlusshilfe, okay, dann geht die Munition aus oder meine Munition ist ausgegangen, da hinten fliegt noch ein Viewport gut lass ich nicht irritieren, weil immer so viel laber ich, als was ich denke, das bringt da noch aus, ne? er macht das ruhig ich verstehe, ich verstehe, so wie sie so boxy, 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 boxy hier ist alles gut hier ist alles gut oh, drei, ja, auf den will ich auch schließen den Bopo? ja, bin ich da Höhenruder haben ihn beschädigt aber, wenn du Doppeldecker bist, kannst du nicht so hoch fliegen, ne? wieso? bei dem Doppeldecker bist, die sind ja gar nicht für hoch, äh, sind ja noch nicht für Kämpfe gedacht in 5, 6 Kilometer Höhe gut, ich bin jetzt auch nicht, aber das ist ein Doppeldecker, der Fliegtung vielleicht höher ist ein Kilometer der ist, die sind alle zu schleifens alter irgendwie er sei zu dritt da ja ja, sonst scheiße hält doch ganz schön was aus, so oh, Abschlusshilfe, okay abdrehen ja, und sonst was soll ich das machen? ich fliege jetzt auf ein Modell zu welches so Oblix hier Marko Lynn, komm her hier ist er ja, so wie dann kommt er Marko Lynn kritischer Treffer, kommt gleich an dir vorbei, müsste er jedenfalls zieht grad hoch äh aber der macht irgendein Manöver hier und ich treffe ihn trotzdem noch so uuuh irgendwie sind unter mir welche ja ich müsste jetzt verdammte scheiße besser da die muss bedenken, die ziel auch manchmal hoch, ne ach Gott ey das ist alles abgestanden ach, die sind ja fluchtig mh mein Ziel zum Beispiel auch verloren ich bin ich ich hab nicht auch gehabt, wo er hinfliegt was ich so ich fünf nicht oder is meine da is meine Donnie wieder ich hab mal gut gepanzert, der Mode jetzt bin ich aber von woanders geschossen wir sind hier mitten im folgen wenn wir ihn im bolknäuel ich werde gejagt bin auch schwerer getroffen ich auch ich habe so lange auf diese verkackte dornier geschossen die sind nicht kaputt gegangen jetzt muss ich mit doppeldeckerei mein einziges gutes flotzeug ist weg nr er war er weiß ich aber ob ich schaden gemacht habe oder um siehst du dort steht auch wenn du treffer machst kriegst du immer ein bisschen Geld dazu besteht ein treffer 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 wenn kritisch treffer macht jeder kritischer treffer und du hast so ein kling echt das werde ich nie hören die schießende musik die rc2 welchen zu die die hier an und 50 ich bin ja schon und ich hier ok schießt und das mitmachen ja wenn ich da da ankomme ich er ist schon weg orientiert ich kann mich hier wenn ich auch in die Hälfte und die Glocke sagen die Dornie fliegt immer noch und sie weg jetzt sind die glaube ich alle über mir um mir fliegt jetzt einer vorbei um schiebt mitzunehmen ein ich kann er und nur noch fein treffer angezeigt gut das ist auch ein treffer gemacht jetzt will ich aber auch in erlachen nach gtp gt nach toll die braucht er so lange nachzuladen mit geschossen mit dem mit seiner ist ist nur ein bisschen unter dir ich habe auch versucht auf seine heikel zu schießen die zieht aber hoch jetzt zieht sie hoch jetzt zieht sie hoch jetzt zieht sie hoch fertig modifizieren wer jetzt wäre eigentlich der beste Zeitpunkt so was haben wir hier noch da unten sind zwei ok da fliegt leuten das ist natürlich ebenwürdige gegner genau stürme vor Okay, eine Hurricane habe ich auch getroffen. Oh, fuck. Ich habe einen schweren Treffer am Flügel. Oh, ich bin schon weg. Die verkackte Hurricane hat mich gekillt. Echt? Hm. Wo ist die denn jetzt? Die können dich. Die werden dich jetzt ficken. Ähm, die werden dich jetzt rannehmen. Ja, die Hurricane. Ja, das sind viel kräftigere Flugzeuge, ne? Ja, wieso habe ich sowas nicht? Weil es britische Flugzeug ist. Ich sehe die, du lebst ja noch. Sag doch was. Ja, ich fliege ja noch runter. Ich bin gleich weg. Oh. Oh, okay. Das ist gut, Leute. Ach, kann ich alle Flugzeuge hier finden? Ja, hier hast du... Es ist nicht wie bei den Panzern. Hier kannst du mehr als 1003 fliegen. Cool. Manchmal kriegst du auch noch so Gutscheine. Da kannst du nochmal mit demselben Flugzeug rein. Dann gibt es Stuart, so. Ich dachte, mich jetzt nicht zufrieden muss. Ne. Vielleicht schaffen wir sie noch hier. Wir sind ja nun zu zweit. Hier ist ja keiner weiter. Ne. Da ist noch eine Bodeneinheit sicher. Rechts. Wenn man rechts guckt, der blinkt doch so rot. Diese kleinen Punkte, die so blinken, das sind dann Bodeneinheiten, die man abschießen kann. Kannst du ja mal probieren. Irgendwie ist er. Irgendwie ist er schon. Oh, wir werden verlieren, ey. Wir werden so knapp verlieren. Seid, wir machen die Symboleinheit klar. Der geht mal. Das sieht ja wohl nicht. Oh, schon verloren. Fah, ha, ha. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Manchmal denke ich, du guckst eh nicht auf die Minimap. Und naja. Ne, dazu habe ich keine Zeit. Keine Anzeige. Du spielst noch schneller als schnell, ne? Das ist doch Hyperspeed. Du siehst schon, du musst schon in der Zukunft. Dritter. Ohne anzugeben. Oh, ich kriege ein Schlachtrophäe. Ohne anzugeben, ist der Dritte. Talisman, na? Ach, Quart. Jedes Mal, welchen Talisman bekomme, ist das immer für so einen Klappertuch zurück. Hm. Ja, Talisman ist, den kannst du dir einbauen und dann kriegst du mehr Erfahrungspunkte und sowas alles, ne? Komm, einmal mal noch. Das werde ich doch nie bekommen. Ja, ich war ja noch, ich hab noch geguckt. Ich war ja noch, ich hab noch. Ich war ja noch, ich hab noch. Ja, da muss man sich daran gewinnen, dass ich nie meine Sätze zu Ende bringe. Und daraus macht man einfach Lieder, dann war ja noch, ich hab noch. Aber ich glaube, das passt ja mit dem Spiel. Was meinst du? Dass man ja in der Zeit, dass man halt Sätze zu Ende bringe. Die deswegen reden ja auch eine Abkürzung, was du? Das ist ja so komisch. Das gibt's ja so komische Sprachen. Artie und lol-swag. Ja, sowas. YOLO! Ja. Der Abgang von den Smoothie, was du ein bisschen was schwefelartig ist. Das ist Werbung. Hm. Was ist Werbung? Dass ich hier so ein Innocence Super Smoothie getrunken habe? Schleichwerbung. Hm. Ich denke mir gerade so, wenn er nicht schon... Ach nee, am 10.06. war der abgelaufen. Was haben wir den? 18. 17. Na komm, schlag der Woche. Vielleicht war das halb der Abgang nur ekelhaft. Ich weiß es, ich hab heute ganz viel gestempelt. Ich wollte schon immer als Kind... äh... bei der Post arbeiten, wegen dem Stempel. Ich arbeite da, aber nicht bei der Post. Nee. Obwohl das bei der Entlassungsstelle ist, dass er richtig viel gestempelt hat. Dann hab ich irgendwie den Traum... äh... Straßenverkehren. Das ist eigentlich nur die ganz feinen Berufe. Ja. Mir hat das einfach gefallen. Ich... Ich wollte immer irgendwas... so ein Waldarbeiter sein oder so. Das ist schön draußen, wo du schwer arbeitest, aber immer frische Luft atmest. Hm. Naja. Aber ich bin nicht so der Kettensägetyp, so was. Hm. Alter, fliegen die schnell vor. Was ist denn da... auf dem Wasser? Da fliegt auch was. Die kann man auch... Ja, die kannst du auch zerschießen. Das sind kleine Schiffe, da fahren aber später, wenn die... in einem höheren Stufenbereich... oder im höheren Schlachtwertungsbereich... sind da auch große Schiffe, die auch zurückschießen. Also die kleinen schießen auch zurück, aber... die großen schießen halt noch ein bisschen mehr zurück. Aha. Ich versuche hier auch so, eine Marcoline abzufangen. Ich klicke nur noch auf die Schiffe. Und da sind Zugzeuge online. Die sind ja auch nicht ganz gut. Und wieso lassen sie mich nie in Ruhe? Wieso? Ich will ja nur... üben. Alles. Ja, dann kannst du schreibt, um allgemein, bitte schießt hier auch nicht. Ich will hier nur üben. Ja. Hätt dir ganz schön was auch mit deiner veräfften Marcoline hier. Ja, ich hab ein Schiff gesch... Ich hab ein Schiff geschwängert? Was? Ich hab gestört, wollte ich sagen, weil... Oh, Helden, zwei auf einen. Nein, irgendwas hab ich mit dem Schiff gemacht. Keine Ahnung. Ich glaub, der eine fliegt dem Premium, Rasmussen ist, glaube ich, ein Premium, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Jedenfalls ist er sehr, sehr wendig und ich komme gar nicht richtig hinterher mit meiner kleinen Zigarre hier. In die Schlacht, ey. Hey, das ist ein ganz schöner Fight hier mit dem Kollegen. Oh, ich hab ihn zerstört, endlich. Boah, mir ging schon die Munition. Was, noch einer? Einmal noch ein, shit. Ein, kill, ein, chill. Shit! Irgendwer schießt da. Dolle, dolle. Dolle, dolle, dolle. Achtung. Achtung. Heck, beschädigt. Und Munition ist aus. Okay, jetzt muss ich weg. Das ist... Und wenn du einen Bomber verfolgst, flieg nie so lange hinter, äh, seinem... Ich, ich weiß ja nicht, wer die hier Bomber ist. Kannst du mir... Boah, du erkennst doch einen Bomber, diese riesigen Dinger. Die... Man sieht hier ja gar nicht, dass die riesig sind. Ich sehe nur die Punkte. Also, wenn du auf einen zufliegst, dann wirst du schon erkennen, was ein Bomber ist. Treffer. Ha! Oh. Ich hab keine Munition, Mann. Die Bomber sind halt sehr groß. Und wenn du hinter dem fliegst, also hinter dem Bomber, dann wird sein Heckschütze wahrscheinlich automatisch schießen. Das heißt, du hast, äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit, äh, getroffen zu werden. Fuck. So wie ich jetzt hier. Die haben, werden sich kaputt machen. Jetzt bin ich ja auch auf dem Wasser. Wie bin ich hierher gekommen? Ich wollte ja gar nicht hier sein. Ja, ich wollte nicht hier sein, ey. Oh. Infight mit Satan. Flugzeug zerstört. Nee, ist da. Wow. Mit fast angeraumt hier. Am besten ist es immer, wenn du es schaffst, dich hinter Flugzeuge zu setzen, ne? Ja. Wenn man es schafft. Ja. Alter, hier ist alles so voll, dass er wie im Air-Dominition. Au, 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 au. Fuck, ey. Ich hatte fast das Gefühl, einer will mich killen, indem er eine Bombe schmeißt. Das mache ich nämlich auch manchmal. Alter, ich habe schon so viele Löcher, aber mein Flugzeug kann... Ich glaube, ich stürze gleich ab. Mein Flugzeug ist so Schrott. Ich kann nicht mal mehr richtig manövrieren hier, ne? Oh, Flugzeug ist weg. Aber sanft ins Wasser. Geglitten fast. Ey, das waren ja so veräfft viele. Echt? Das war ja nicht normal, man. Wie, der hat mich gekillt mit seiner Osu? Puh. Und irgendwie ist er jetzt abgestürzt. Ja, weil ich habe auch fast eben geschossen, da. Ich muss gar nicht mehr... Wo, wo es oben und unten, ne? Hm. Ob da die Stats stimmen, sag ich mal, ne? Hm. Ja, wo, 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 wo? Wir haben wir heute? A little bit of work. Scheiße, Munition, ey. Das ist doch kack. kann der ganze magazine über den typen mit ist Ich bin so ein bisschen über den Geflogenen und dann vor ihm Ich erfolge mit anderen gerade ein Flugzeug Mein einziges Und ständig blinkt hier auch Tempo verringern, aber ich glaube ich komme nicht mehr ran Du kannst mal schon die Geschwindigkeit auch erhöhen, wenn du tiefer fliegst und dann etwas wieder hochziehst Hm Wieso ist das nicht so schnell? Oh, Kontroll über das Heck verloren, das ist gut Abschlusshilfe, schade Ich verliere ihn schon wieder Hey, aber wir haben noch bestimmt auch fast mal kein Mal heute gewonnen, oder? Nein Erstimmt, wir haben gar nicht gewonnen heute Und das ist jetzt 8. Match oder so, wie immer Ja, der zeigt mir die ganze Zeit an Tempo verringern Und, äh, realistische Schlachten hätten die wahrscheinlich die Flügel verloren jetzt Aber das kann man ja, weil ich die Flügel noch mal Ach du Scheiße Ja Und ich glaube, da wird auch nicht angezeigt, wer Freund oder Feind ist Die schießt dann halt einfach, ne? Hm Ich will aber nichts Falsches sagen, wie gesagt, ich habe das nun mal gesehen, einmal im Video, aber das ist echt für die ganzen Cross Abschüsser er�fft Abschlusshilfe? 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 A Ja, sind halt Was eine bestimmte Anzahl an Abschlusshilfen gemacht Hm Rekke Ach, schade Stille Bist du andächtig? Stille Obwohl ich viel mehr gemacht habe Entschuldigung Ich habe viel mehr gemacht als in einem Match davor und trotzdem bin ich ganz Tja Verstehe ich nicht Weißt du, ganz im Ernst manchmal verstehe ich auch nicht manchmal denke ich auch, ich habe voll viel geleistet und bin dann irgendwo Guck mal, ich habe das Schiff, habe ich halt zerstört Dann hatte ich diesmal diese drei Abschusshilfen und bin nur einmal gestorben und trotzdem bin ich die Vorletzte und davor habe ich ja null, 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 null gehabt und war auch die Vorletzte Wollen wir uns mal auf jeden Fall bei Geldschirm beschweren Nein, dann brauche ich mich gar nicht anzustrengen Doch, das bringt ja schon was Guck mal, ich zum Beispiel Danke fürs Zuschauen Bitte lasst ein Abo Tut euch ja nicht weh, würde mir helfen Spendet Geld für Kaiser und Franz äh, Kaiser Wieso? Skill kaufen kann Ach komm, sie spielt ja noch nicht so lange Ja, eben Eben Pass mal auf, in einem Monat bist du der Progamer bist du immer oben und ich würde sagen, scheiß Spiel, echt So wird es laufen Also, bis denn dann Ciao, ciao Ciao Ciao